Wie geht es Edgar? Er ist nicht mehr in kritischen Konditionen, dankbar. Er ist immer sehr weich, aber mit ein wenig mehr Rest sollte er bald die Bewusstsein wiederum regieren. Meine Chemikalische Analyse von Auguste auch schlussendlich, obwohl es sicherlich ein paar Fragen gibt. Ich konnte die Komponenten identifieren, die der Substanz ihre Fragranz geben, aber ich habe auch einen abnormalen Trace der Elemental Energie in der Sample. Elemental Energie? Könnte es vielleicht sein, dass dieses Parfüm aus, naja, aus einer Vaniloka vielleicht geschaffen wurde? Hat sie ja einen Effekt auf den Körper? Hard to say. It was such a minute amount, proportionally speaking, like mixing a single drop of Parfum into the ocean. I had to use one of the newest tests developed in recent years to even detect the traces present in the sample. Unless you were abnormally sensitive to Elemental Energy, I doubt it would have any effect, even if you use the product every day for 10 years. As for whether Master's condition was caused by the Elemental Energy present in the sample or some other component of the perfume, it's still too early to say. Oh, that reminds meh, Maimon. Did Tainari come and find you? Maybe we could ask him to take a look. Hmm. I received a message from him last night, but I haven't heard anything since. The message said he was looking into some information at the Academia. Oh, Maimon thought he might have stopped by to see you first. Um, excuse me? Is Miss Emily here? Hey, Konei! Oh, perfect! Familiar faces! Traveler, Paimon! You're here too! Kalei? Ah, of course. Tainari's apprentice. He's mentioned you many times. It's a pleasure to finally meet you. And please, no need for formalities. Emily is just fine. Oh! Uh, uh, okay! Nice to meet you too, Miss, uh... Emily? Did Tainari send you here, Kalei? Yep. Master and the others went through decades worth of records last night and still haven't had a chance to rest. I'm fast at my feet, so it only made sense for me to come and give you an update. Anyway, based on what they've reviewed so far, they believe there's no indication that a researcher by the name of V-Java ever passed through the Academia. Könnte es sich um einen Spitznam handeln? Master considered that possibility as well. But the name wasn't the only dead end. Master tried to track down people with a similar research direction or background, but also couldn't find a match. How is that possible? Tja, vielleicht war ihre Identität als Gelehrter aus Sumerus schon die ganze Zeit fingiert. It's starting to seem very likely. If we want to figure out her true identity, I'm afraid another conversation with those two merchants might be our only... Hey! Lucien! But Sylvain! Wait, you don't think Kirio came back, do you? That seems impossible. If someone came in or out of the hotel just now, we would have seen them. You're locked. I'm trying to break it. Die Tür geht mal in den Knall auf und du betrittst das Zimmer. Um dann festzustellen, wir sind ins falsche Zimmer reingegangen. Wie schon gesagt, wir waren im falschen Zimmer. Was passiert? Ist er jetzt einer deiner Patienten? Emily, Emily. Mein Bruder. Er wird okay, oder? Er ist einfach nicht bewusst. Wie was mit Edgar passiert. Ich bin sorry, Herr Sylvain. Aber wir waren zu late diese Zeit. Oh nein. Das ist nicht... Das ist nicht möglich. Tja, ich würde den Sheriff benachrichtigen. Vielen Dank, ihr beide. Moment mal, wieso hat er einen Weihrauch hier... Mr. Sylvain? Lass uns dich hochziehen. Hier. Geh meine Hand. Schön und lang. Wir nehmen Dinge von hier. Nur fokussieren, auf dem Rest zu bekommen. Hier. Diesen Weg. Ich denke mal, Kiri hat sich als Hotelmitarbeiter getarnt. Ich denke mal, Kiri hat sich als Hotelmitarbeiter getarnt. Aber ich fühle mich um ihn zufrieden. Gute Menschen oder schlecht. Die Todes eines Lieblingses ist genauso schmerzhaft. Alle Momente, die er mit seinem Bruder verabschiedet hat. Alle Hörungen und Träumf, die sie zusammengekriegen hatten, sind nun Erinnerungen, die er sich selbst verabschiedet hat. Vielleicht wollte Kiri genau das... Ja, genau das. Kiri hat wirklich hinter uns? Dann... Was genau hat er mit Lucien gemacht? Lucien kann nicht mehr sprechen. Aber die Träume, die hinter ihm geblieben sind, können sie sicherlich verabschiedet werden. Genau, den Weihrauch, den ich hier im Hintergrund schon gesehen habe. Herr Schäfer, ich habe Dinge hier in der Szene geschlossen. Ich lasse dich, um den Scheriff zu kontaktieren. Wie schon gesagt, irgendwo hier war doch was Rauchiges. Etwas später kommt Sheriff Chiam zum Tatort. Seht ihr? Der Weihrauch. In der linken Ecke. Verdächtig. Frau Emily, ich hörte, dass du ein Experienz-Forensik-Doktor hast. Oh, ich bin eigentlich ein Experienz-Forensik-Doktor. Ich habe nur ein Experienz-Forensik-Doktor. Ich habe eine Releven-Forensik-Doktor. Ich habe einen Blick, doch. Judging von der Temperatur und der Räuberung des Körper, es scheint die Zeit der Todesfälle war ein paar Mal letzte Nacht. Ich werde einen mehr thoroughen Investitionen finden, um mehr zu finden. Dann, würde ich uns helfen, um uns zu unterscheiden. Before er hat, Tainari sagte, wir könnten Sie glauben, wenn etwas wie das passiert ist. Natürlich, ich empfehle deinen Vertrauen. Viele von den Träten, die hinter der Szene verlassen werden, werden mit Zeit geflogen. Also, je mehr wir uns zu unterscheiden, je besser. Wir werden auch helfen. Wir wissen nicht viel über die totes Körper, aber du kannst die anderen Klänge zu uns verlassen. Ja, wie hinter uns. Also, schauen wir uns dann doch erstmal diesen Weihrauch hier an. Tja, der langsam in die Luft aufsteigende Weihrauch, er kommt mir irgendwie bekannt vor. Das war das Verdächtigste von allen jetzt hier. Die Ecke ist voll mit Blumen aus verschiedenen Ländern. Es duftet unglaublich intensiv. Das Gepäck ist mit Klamotten und anderen Dingen des täglichen Bedarfs vollgestopft. Es ist recht schwer. Dieser Schrank ist in viele Fächer unterteilt. Ich glaube nicht, dass sich daran jemanden verstecken könnte. Die Fächer sind dilatiert. Die Haut ist verletzt. Keine oberten externen Injurungen oder Signale einer Verrugung. Tja, das war es jetzt noch nicht. Die Tür untersuchen. Tja, diese Tür für den Flur. Das Schloss ist intakt. Daran scheint sich niemand zu schaffen gemacht zu haben. Die Tür wurde gestern Abend bestimmt abgeschlossen. Die Tür wurde gestern Abend bestimmt abgeschlossen. Es scheint, dass die einzige Weg, um in den Flur zu kommen, hätte es durch Sylvain's Room gewesen. Okay. Man konnte das Zimmer nur von Sylvain's Zimmer aus betreten. Kainan kann dir zeigen. Hier, es wäre so etwas wie das. Aber, zu entdecken durch die Tür neben der Tür, ohne Sylvain zu bemerken. Wait, du denkst nicht Sylvain hätte sein, der? Nein, seine Reaktion zu den Verlusten von seinem Bruder sieht sehr genügend. Und er hat keine Motive. Gut, dann gehen wir einfach mal ins Lebenszimmer. Und wollen doch mal die Ermittlungen fortsetzen. Ihr bittet Sylvain Zimmer, er wirkt sehr viel ruhiger. Ja. Das heißt, wenn wir eine Kommotion gehört haben, können wir uns helfen. Aber ich habe keine Kommotion gehört heute Nacht. Nicht ein einziges Geräusch! Ich bin heute Morgen, habe ich die Tür geöffnet, und... Lucien... Lucien... ... war... So... Keine Bewegung von der Tür neben der Tür. Keine Bewegung von Silvaine. Keine Bewegung von der Tür. Keine Bewegung von der Tür. Keine Bewegung von Lucien. Welche cause von Todes sind wir hier? Ich habe ein paar Dinge gesehen, über das Körper. Lucien wurden die Dillatoren, und seine Haut wurde verletzt. Sehr ähnlich wie die Symptome von Master nach dem Angriff. Es gab keine Tränschen von Liquid in seiner Hälfte oder Hälfte, also es ist nicht vermutlich, dass er etwas verletzt wurde. Die mehr plausibel Erklärung ist, dass er eine Substanz ohne es zu wissen hat. Und ich würde sagen, dass diese Substanz wahrscheinlich ein Guss. Ein Guss? Nein, das ist nicht möglich. Ein Guss würde dich töten. Für jeden Fall wäre es nur eine Nacht gewesen. Nein. Das ist nicht was ich meine. Emily, du hast deine Tests gemacht, nicht wahr? Go on. Tell everyone whether you found any poison. No. I didn't find any common toxins. Huh. See? A goose is harmless. The market response proved that years ago. That may be true for most people, but not for everyone. Edgar. Edgar. Edgar? You are in der Pogelung? You are already up and about? xD Thanks to Emily, I am out of the woods for so far. Sylvain, egal wie schwer du dich versuchst, die Wahrheit immer kommt zur Lichtung. Edgern! Auch wenn wir ihn für 10 oder 20 Jahre halten können, denkst du, Kyria, einfach zu lassen? Nein, er wird niemals geben. Nicht, wenn er alles für Yelena macht. Okay, jetzt habe ich so ein Gefühl, diese Forscherin aus Sumero, also die Gelehrte aus Sumero, war in Wirklichkeit eine Gelehrte aus Neschnaya. Yelena ist auf jeden Fall jetzt Neschnayas, würde ich mal meinen. Das ist Vijavas reale Name. Yelena war nicht eine Schölle von Sumero. Sie war ein Exiled Fatus aus Neschnaya. A Fatus? The Fatui? Das bedeutet, dass die Elemental Energie present in Agust war... Ah, also du hast es bereits getestetet. Hm... Well, Sylvain... Looks like there's truly no reason to hide things now. Oh... The Agust flower was created with the mutative and distorting power of a delusion. Ah, na toll. Quasi dann ne Abgrundblume. Ja. A... A delusion? The Fatui... Delusions... I never would have thought Agust was hiding this many secrets. Born of a delusion, Agust contained distorted elemental energy. Prolonged exposure over many years could have a harmful effect on the body. Ha, 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 ha. Das ist genug, Agur. Ich nehme es von hier. In der ersten Zeit, Yelena wollte keep refining the perfume and the flower. Aber niemand wusste, wie lange die Perfummania dauerte. Es gab keinen effecten auf normalen Menschen. So... Every day we postpone going to market was another day of lost earning potential. So you decided poisoning people was worth the risk? Listen, it's not like it was good for business. But all that talk about Agust being harmful over time... Yelena was just speculating. The impact was practically negligible. Unless you were particularly sensitive to elemental energy, or had an entire bottle shoved down your throat like Edgar, you could use the product for decades and be completely fine. It may be true, there are no records of a ghost poisoning in Fontaine. But even if no one was acutely poisoned, willfully bringing a product to market despite explicit knowledge of its harmful effects, is still a serious crime. That explains why you were so intent on keeping Yelena in curious involvement a secret all this time. Despite readily confessing to all your financial crimes. The Fatui? Delusions? A goose? If the Mara Shisei Phantom discovered the connection between the three, there would have been enough evidence to send you to the Fortress of Meripede for life. Ha! If I'd known coming to Sumeru would put a target on my back, I would have been more than happy to stay there. At least that way, Lucien would still be alive. All these years without any sign of Kyria, and he pops up out of nowhere the minute my brother and I get out of prison. It couldn't be any clearer who the kid's after. A goose was harmless before. The fact that it's killing people all of a sudden must be his doing as well. So there's bad blood between you. What about Yelena's death? Was that a cover-up too? A way to destroy evidence? I'll admit, we thought about it at one point. We took care to disguise the product circulating on the market, and no one was questioning Yelena's fake identity. But, if the Mara Shisei Phantom decided to look into the flower beds, it would have been the end. Yelena's ties to the Fatui, the role of the delusion. Everything would have been exposed. Before we could even put our plan in motion, Yelena beat us to it. She burned all her flower beds, and threw herself into the fire as well. But, but if her goal was to destroy evidence, there would have been no reason to do that to herself. Yeah, she could have just burned the flower beds and fled with her brother! I thought about it for a long time, but it wasn't until just now that I finally understood her reasoning. Everything she did, it was for her brother, Kyria. One of the reasons they defected from the Fatui was the deterioration of Yelena's body due to her excessive use of a delusion. She didn't want her brother to follow in her footsteps after her death. After arriving in Fontaine, Yelena continued using the delusion to cultivate the august flower, weakening her body even further. There were times when she couldn't even walk. So, she couldn't flee with her brother, because she was afraid of holding him back. If her true identity was exposed, she and her brother would face pressure from both Snezhnaya and Fontaine. The august flower and Yelena's own corroded body both bore the mark of a delusion. There would have been no way to avoid suspicion. So, in the end, she burnt it all to ash, including herself. With all the evidence erased, Kyria was free to take the mora and run. So the wealth you earned from a goose, it wasn't destroyed in the fire. Yelena gave it to her brother? Most likely. Before Yelena died, she said if anything happened to her, she was going to leave everything to her brother. We just didn't realize she meant our cut as well. That's why Lucian and I were searching for Kyria. To take back our mora and the august flower. We just didn't realize Kyria was baiting us the whole time. It was all a trap. But why is Kyria out for revenge anyway? Doesn't he know about Yelena's decision to sacrifice herself? I don't think he knew his sister was nearing death. Yelena always wore heavy makeup around him to conceal her deteriorating appearance. She kept herself busy with work to keep out of sight. That way her brother wouldn't notice how she could barely walk. Then, all he'll need to do is tell Kyria what really happened, and then he'll give up on his revenge! I'm not so sure. Even if he knew the truth, he'd still find someone to blame. He might think Yelena was forced into using a delusion to cultivate a goose, or something like that. It's hard to pull yourself out of that kind of hatred. Especially when you've been living in that headspace for so many years. Very true. Even if Yelena's death was her own choice, I wouldn't call myself innocent either. Edgar! What are you talking about? Think about it, Sylvain. If we hadn't been in such a hurry to capitalize on the perfume mania all those years ago, do you think Yelena would have elected to take those risks? If we hadn't been so blinded by greed, so insistent on increasing the scale of the flower cultivation, do you think Yelena's health would have deteriorated as fast as it did? If we hadn't invited the Mara Chaussee Phantom to our doorstep by breaking the law at every turn, Yelena could have survived. She knew her limits. She knew her days were numbered. Maybe it was for her brother, but she was in it for the Mara just as much as us. We were just trying to earn a bit of moral. Oh, and what? We deserved to die for that? Target me for being the mastermind, sure. But what about Lucien? He was just following my orders. Lucien's crime... Was it really so extreme that he had to pay for it with his life? The only person that can answer that question is a judge. Fine. I've said my piece anyway. Drag me back to Fontaine to stand trial. I don't care. Three people from Fontaine, one from Snezhnaya, and a crime committed in Port Ormos. What a headache. Tja, endlich mal was los hier. Aber was passiert denn jetzt? Well, we can only wait until the academia sends someone to deal with it. I'm guessing we'll have to contact Fontaine as well. In any case, we won't really know anything until tomorrow. With the exhibition, we don't even have space in Port Ormos to detain anyone. Such a headache. Hmm. The hotel could suffice. You could station a few officers to keep an eye on Sylvain and myself. Although with Sylvain's mental state and my physical one, I don't think you need to worry about a jailbreak. Mr. Edgar, are you saying... If Sylvain is to stand trial, then I deserve this same fate. A crime is a crime, accomplice or not. I'd just like to take care of a few things before I go. Say goodbye to my plants and all that. As for Sylvain, I'm sure he also has some goodbyes of his own. Would you be willing to grant that request, Sheriff? Well, alright. I'll talk to the academia. No matter who you were in Fontaine or what crimes you committed. The man we grew to know in Sumeru proved himself to be a good person. Your request is granted. You have my thanks, Sheriff. What happened tonight? Oh. You mean the possibility that Kyria might try to finish what he started? Yeah. All we know is that he uses a goose to poison people. But we still have no idea how to catch him in the act. If he target Sylvain or Edgar again, we might not be able to stab him. That may be true. But what if we can take advantage of his desperation? If we take advantage of this situation... And lure him in on purpose... ...we know... Und wir haben endlich die Chance mit ihm zu sprechen. Master, nein! Das ist zu gefährlich. Also, das ist dein Plan. Wenn Kiria erfahren, dass wir uns morgen verabschieden werden, seine letzte Chance für seine Revenge wäre heute. Insofern, du willst uns als Bait benutzen, um ihn zu verabschieden? Verabschieden? Nichts. Ich will nur sprechen. Was, hast du Angst, ihn? Angst? Das ist meine einzige Chance, um ihn zu verabschieden, was er getan hat. Ich spendiere mein Leben in prison. Ich kann ihn einfach nur auf den Sonnen, um ihn zu verabschieden. Ich kann ihn einfach nur auf den Sonnen, um ihn zu verabschieden. Ich kann ihn nicht mit ihm wegschieden. Nicht nach dem, was er zu Lucien getan hat. Als für die Gefahr, alle anderen einfach nur die Präparationen in advance, um uns zu verabschieden. Ich will sagen, es könnte funktionieren. Wir müssen nur sagen, dass Edgar und Sylvain verabschieden sind morgen. Dann werde ich einige von meinen Leuten auf dem Hotel stationieren. Wenn wir auch deine Unterstützung haben, unsere Chance für Erfolg wird sogar höher. Wir können helfen, Wache zu halten. Ich habe noch einige Reservatoren. Aber wenn du diesen Plan verabschieden hast, werde ich dir nicht meine Hilfe verabschieden. Wir können helfen, Wache zu halten. Ich will also keep watch. Although, ich denke, Sylvain und ich, wir sollten, in unseren eigenen Räumen bleiben bleiben. Wenn Kiria noch jemanden in der Räumen könnte er sich entscheiden, und es ist möglich, dass er bereits den Augusten in einem Potent Toxic Gas verabschieden. Uh, du sagst, wenn er nicht einen Weg finden, um die zwei von dir zu holen, dann wird er so schade, dass er einfach auf alle? Wenn das passiert, alle stehen, auch die innozenten Bürgerinnen in Port Ormos würden alle in gefährlich sein. Das ist, alle anderen müssen nach den Schatten. Die Schatten sind noch 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 wie es war. Ich glaube, ich werde nur noch den Rest zu dir. Okay, wir können ein Plan weiterentwickeln. sage ich, wir verbreiten und beginnen diese Informationen, bevor es zu late ist. Dank der Hilfe aller verbreitet die Nachricht von August und der bevorstehenden Abreise von Edgar und Sylvain. Alles läuft bisher nach Plan. abgesehen davon, dass der Text dieses Mal viel zu lange hier steht. er sich nicht verbreitet. ich werde nicht mitmachen. erst einmal verbreiten wir die Nachricht. So, dass nun wirklich jeder sie mitkriegt. So, dass nun wirklich jeder sie mitkriegt. Hast du gehört? Herr Edgar hat getrunken. Er wird morgen abgeholt. Was? Er ist derjenige, dass alle die Fragrancen für unsere Shoppe geholfen hat. Er hat mein Kind geholfen. Wie könnte das passieren? Er hat noch nicht geholfen. Mal sehen, was der Court sagt. Oh, alle auf der Straße sprechen über die rumors. No matter wo Kiri ist, er muss sie jetzt hören. Wir gehen zurück zum Hotel und machen einen Freude. Wir können sehen, wie die anderen Preparationen gehen, während wir da sind. Dann wird die Blutabrechnung auf jeden Fall zu einem Ende kommen. Und wir so nach und nach die Wahrheit über alles und jenes erfahren. So viel sei schon mal dahingesagt. Und hingestellt. Und damit sage ich dann jetzt auf euch erstmal tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und tschau.